gut wenn wir weg sind und ihr den motor nicht mehr hört könnt ihr nach 30 sekunden die hände ich habe gesagt ich will die lehre haben ich kann damit nicht fliegen also die instrumente sind die instrumente sind egal instrumente sind egal instrumente sind es gedrückt halten es gedrückt halten die steigt du hast doch eben gesagt dann fliege ich die ja einfach du musst hast du schiff auf guck mal was neben deiner engine steht steht da 100 oder was steht da neben einer engine haltschiff gedrückt haltschiff gedrückt haltschiff gedrückt 210 haltschiff mal komplett gedrückt einfach so und jetzt müsstest du 100 oben sehen und links in deiner unter deinem unter dem control jahrhundert so und jetzt hat drückt mal y einmal ganz leicht nur nicht lange jetzt geht er runter ja genau so das ist dein schub jetzt drückst du wieder schiff bis 100 somit steuerst du dein dein schub wie stark der wie stark der schub geben soll passiert ja aber nichts ist weil du auf 100 bist du kannst ja nicht mehr als 100 er wird sowas von bloden jungs ich fühle mich gerade wie in so einem film wo alle tot sind und er ist auf 74 ja und dann schiff gedrückt halten passiert aber nichts wenn ich schiff drücke er geht nicht hoch ja wahrscheinlich weil es damage ist oder dann lass es auf 74 es reicht ja auf 74 und wie du landest weißt du ja du bist gleich einfach über der lande dingens und drückst im scroll menü auf autopilot landing autopilot jetzt mach doch keine scheiße das kannst du nicht so selber landen du hast eigentlich nicht mal die bremse sowieso ich weiß nicht ob wir jetzt reingehen sollen ist flugzeugabsturz ich habe aber nicht viel tank ich bin auf der hälfte ja das war erst mal ein paar kreisen kannst du ja schön wie ich kurz hier landen kann du landest jetzt nicht nein du musst den schub weg nehmen aber ich habe gar nichts gemacht du musst auch du musst auf vier kilometer ist schub bei mir nach oben und y nach unten du peilst auf jeden fall die landebahn an so dass du gerade hinkommst nimmst deinen schub auf nein was erzählst du ihm er soll landing autopilot machen was machst du beim ersten mal er möchte er möchte richtig land also derjenige der es ihm erklärt dem stecke ich die schuld dafür zu er möchte er möchte ehren voll abstürzen leute meine büte dann tauschen wir jetzt eben am airfield dann kannst du mit deiner grünen kannst du machen was du willst er geht zum airfield und macht da landing autopilot kannst du dann auch beim airfield hätte ich so gelandet was du willst du hast die bremse nicht ich schaue ich mir nicht an ich gehe offline tschüssi ja ich gehe auch gleich auf ich gehe auch gleich offline ich erkläre es kirin oder ich bin über dem ding du peilst in vier kilometern die landebahn an nimmst deinen schub vom motor weg du bist ein schwachkopf dass du ihm das gerade erklärst du musst mit 120 km h landen bis auf ja genau bis auf 20 2 2 kilometer nimmst du schub auf 20 bis 30 und danach wenn du zwei kilometer entfernt bist nimmst du schub auf null und oder auf fünf so mal unseren autopilot rein damit wir vor ihm da ist immer hoch und runter und bremst mit der motorbremse ein bisschen bis 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 du auf 100 120 125 120 bist und dann musst du wirklich exakt landen ja aber die bremse nicht geplant ist kommst du zu doll auf blote so kommt alles auf rot sorry also geil lock mich gleich aus ich bin noch ein kilometer hoch wie komme ich da runter ist das zu hoch oder nein das geht das ich verliere gerade an höhe ich bin jetzt auf 700 ich erkläre dir du gehst und kurz vorher ziehst du hoch müsste es perfekt landen eigentlich ich habe den autopilot jetzt drückt weil mein sprit geht auf ok der crasht aber der crasht aber ich habe nichts gemacht ich habe landing autopilot drin wo fliegt der hin das macht ja das macht ja das macht ja das ist die perfekte kurve du musst es einfach lassen der fliegt aufs offene meer ja das macht er immer das macht er immer das ist die normale anflug ich bin weg für heute bis morgen ich bin weg für heute bis morgen das ist so fehl was er labert ich bin jetzt gleich mit einem mehr ab ey da ist noch ein chestnutter was ist denn das hinter euch oder ein orker hinter uns ich wollte sagen wie sie wahrscheinlich ich habe ja gesagt da ist mein bank klingt ja autopilot lagert dann lande mit autopilot ja aber der ist doch schon im landeanflug was soll ich denn machen ey du musst gleich das ding ist ich weiß nicht ob du bremsen kannst was bremsen das ich fahre einfach gegen die baustelle ach so schön was macht denn da der smirnhoff ich habe gerade mich verklickt bin ich ehrlich aber ich habe es überlebt das hätte ich auch nicht mehr kommen oh nein da kommt kiri das war es jetzt guys calm down i'm on the way der nimmt den baum mit oh lol oh lol über den zauern über den baum oh guck dir an perfekt ohne landing autopilot das einzige was du jetzt noch machen musst das x drücken damit er zum stehen kommt also bei mir ist es x bei mir ist nicht x bei mir ist y jungs hier ist eine quinnin hinter uns die wir uns beobachtet genau ich will nicht beobachtet werden oh ich bin hier in der in der zone ich muss hier weg primson rechts von dir rechts von der crimson oh ich bin hier auch in der zone hier oder was nee wir kommen raus aus dieser kleinen hier macht die landebahn frei wir sind am kommen ich muss auch schon aus der scheiß zone raus bevor ich hier weggeballert werde ich sehe den krillen da sitzt ein gill drin ja hey kiri ich bin stolz auf dich ehrlich ich hätte es nicht erwartet können wir den jetzt nicht einfach wegschießen man ich bin von allen möglichen sachen ausgegangen aber nicht davon oh der bremst nicht der bremst nicht der quillen fährt irgendwie weg er fährt richtung norden kriegst du wirklich nicht zum stehen kiri ist unser heli wieder in der luft was mit unserem heli mann ich bin jetzt wieder in der luft ich bin ausgestehen kiri hast du schon fertig verkauft ich bin aus jetzt ausgestehen kommt ihr